Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Windows einstellen können, dass sich beim Hochfahren automatisch ein bestimmter Benutzer anmeldet. In Windows kann man das, wenn man das streng sieht, auf vier verschiedene Arten machen. Man kann entweder ein vorgefertigtes Programm benutzen, das einem die Arbeit abnimmt, man kann in die Registry gehen und die entsprechenden Werte selber dort eintragen, man kann auf die Windows-Bordmittel zurückgreifen, die es seit Windows XP gibt, oder man baut sich einfach selber ein Programm, das das Ganze durchführt. In diesem Video hier werde ich die einfachste Variante zeigen. Da sich die Einstellung für die automatische Anmeldung in Windows hauptsächlich in der Windows-Registry abspielt und es nicht jedem zumutbar ist, dass er da einfach mal so irgendwas umändert oder weiß, was er da überhaupt macht, hat sich ein Entwickler von Microsoft, der auch beim Service-Internals-Team mit dabei ist, gedacht, gut, da schreibe ich mal ganz fix ein Programm, mit dem man das dann entsprechend machen kann. Und das heißt schlicht und ergreifend Auto-Log-On für Windows und kommt von Mark Rosinovich. Sein Programm hier macht im Prinzip nichts anderes als das, was man in der Registry manuell machen müsste. Es legt ein paar Schlüssel an, passt die Werte mit an und fertig. Das Schöne daran ist, dass dieses Tool seit Windows XP funktioniert. Das heißt, wenn Sie noch einen Windows-Wist oder Windows 7 PC am Laufen haben, können Sie das hier auch ausführen. Das funktioniert ebenfalls, genauso wie es mit den Server-Editionen seit 2003 bis heute funktioniert. Wird ja auch nochmal rechts am Rand erläutert. Von dem her ist das hier der schnellste Weg, wie Sie so ein Auto-Log-On einrichten können. Gut, die Adresse, unter dem das Ganze erreichbar ist, finden Sie in der Videobeschreibung sowie im Artikel entsprechend verlinkt. Zum Download einfach hier auf diesen Link klicken. Dann bekommen Sie ein ZIP-Paket. Da speichern Sie. Auto-Log-On.ZIP heißt das Ganze. Ich habe das in dem Fall bei mir schon heruntergeladen. Das entpacken Sie. Da haben Sie dann eine EXE und eine TXT dabei, eine EULA. In dem Fall brauchen wir nur die Auto-Log-On.EXE. Die Benutzerkontensteuerung bestätigen Sie. Und dann haben wir hier schon unser Programm. Das ist relativ einfach gestrickt. Sie müssen hier nur den entsprechenden Benutzernamen angeben, der entsprechend automatisch angemeldet werden soll. Unter Domain ist in dem Fall schon der Computername voreingetragen. Sollten Sie das Ganze in einer Domänenumgebung ausführen wollen, sprich, Ihr Benutzeraccount ist Teil einer Domäne, müssten Sie Ihre entsprechende Domäne angeben. Und ganz unten natürlich das Wichtigste, das Passwort. In meinem Beispiel hier passt der computer.coffee-Benutzeraccount schon, denn der ist momentan angemeldet. Ich könnte jetzt auch noch einen zweiten Account, der hier vorhanden ist, nehmen, der computer.coffee2 zum Beispiel. Die Domäne passt in dem Fall auch. Das ist der Computername. Und das Passwort muss ich hier noch einklicken, beziehungsweise eintippen. Und zum Schluss hier auf Enable klicken, um das Ganze zu aktivieren. Alternativ, wenn ein Auto-Login aktiv wäre, können wir das mit Disable deaktivieren. Ich will das hier enablen. Da bekomme ich hier die Meldung, dass das Ganze erfolgreich war. Klicke auf OK. Zum Testen schließe ich hier mal alles und sage Neustadt. Sollte das Passwort nun falsch sein, würde ich jetzt hier bei meiner Anmeldung eine entsprechende Federmeldung bekommen und die ganz normale Login-Maske bekommen, auf der ich dann das Passwort eingeben müsste. Aber in dem Fall sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Obwohl, das muss ich zeigen, ganz kurz hat man das jetzt gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob es damit aufgenommen worden ist. Auf jeden Fall wurden da die Felder angezeigt, ist aber gleich weitergesprungen, weil die Daten ja entsprechend vorhanden sind. Und ich mit dem Account, den ich definiert habe, werde jetzt hier angemeldet. Und da sind wir auch schon. Von dem her ganz einfach auszuführen und ein echtes Universal-Tool, was die Kompatibilität auf den einzelnen Systemen angeht. Okay, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Sollten Sie eine Frage diesbezüglich haben, schauen Sie doch mal bei computer.coffee.com vorbei. Vielleicht können wir Ihnen da weiterhelfen. Ansonsten, ciao. Bis zum nächsten Video.